ja hallo herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute ja soll es mal wieder um eine automatisierung gehen und zwar auch wieder mit einer raspberry pi und eine daisy hud is platine die steckt man einfach oben drauf die habe ich euch schon mal in einem video vorgestellt in verbindung mit opencpn ja das funktioniert ganz gut und ja da geht es ja um den is empfang is empfang ist ja ja ich mal die positionssignale wo die schifffahrt aussendet sowohl im binnen als auch im seebereich ja das werden verschiedene informationen übertragen der letzte angelaufene hafen der zielhafen zum beispiel die aktuelle position ja die schiffe werden auch dadurch getrackt ihre fahrstrecke und 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 das tiefgang länge und so weiter werden da übertragen über dieses is signal und da ich ja sowieso großer schifffahrts fan bin ja musste ich sowas halt einfach installieren ja hier in dem fall jetzt habe ich eine 10 element jahri dran da ich ja hier doch ein bisschen vom wasser weg bin ein ganz schönes stück war für mich eigentlich um ja ausreichend schiffe zu empfangen eigentlich eine jagi einfach die einzige einzige alternative und die funktioniert sehr gut muss man sagen und ja es ist nicht nur das reine empfangen ich meine es gibt sehr viele ja open plotter software wo man dann die schiffe darstellen kann auf einer karte in dem fall aber habe ich die mich entschieden für die software is dispatcher mit einer zusätzlichen software die zeige ich euch aber dann auch noch gleich wo dieses is signal ja beziehungsweise die positionsdaten und generell die daten wo diese signal überträgt in aprs.fi taugliche daten umwandelt sozusagen jetzt mal ganz leicht erklärt damit diese positionsdaten und diese information wo die schiffe senden man ja zu der homepage aprs.fi übertragen kann damit die schiffe dort auf der karte dargestellt werden bei aprs.fi aprs.fi begrüßt dieses jahr hat auch eine eigene internetseite wo beschrieben steht dass jeder willkommen ist ja is-signale in das apps.fi auf die internetseite ja zu übertragen auf deren ihren server und ja funktioniert wirklich sehr gut ich zeige euch das mal wie das zu installieren geht was ihr dazu sonst noch so alles braucht das ist jetzt eine raspberry pi 4b wie gesagt mit der daisy is hat platine die braucht ihr aber nicht unbedingt ihr könnt auch einen wesentlich noch günstigeren is empfänger benutzen die gibt es auch in stick form ja also in usb stick form dann steckt ihr den empfänger gerade hier oben in den usb anschluss rein ja und das funktioniert genauso gut geld da braucht ihr nicht unbedingt dieses diese hat platine ja die ist auch nicht ganz so billig wie diese sticks muss man sagen also wobei sie ist schon recht günstig im gegen ja wenn man so manchen anderen is receiver sieht da ist die wirklich schon sehr günstig aber wie gesagt das ist dann eure entscheidung was ihr dann nehmt und ja das funktioniert wirklich sehr gut ich verlinke euch auch mal die aprs.fi seite unten in der video beschreibung mit ja so einem groben positions also nach längen und breiten graden wo ich hier paar schiffchen von mir sehen wo ihr ein paar schiffchen von mir seht wo ich empfange und dann könnt ihr euch das mal angucken das ist ganz interessant wie gesagt hat jetzt nichts mit aprs zu tun auch nicht mit dem aprs internet server also mit aprs ist das ist ein reiner upload auf die aprs.fi seite ich werde euch das auch gleich noch mal am pc zeigen wo das steht das hat nichts damit zu tun die dieses grüne türmchen diese barke wo dabei entsteht wo eure position darstellt die verschwindet auch sofort wieder sobald keine daten mehr laufen man braucht kein passcode oder ähnliches weil das absolut gar nichts mit dem is server zu tun also mit dem server zu tun hat ja mit dem internet server von aprs das ist rein nur kommunikation zwischen mir und aprs.fi ja gut dann würde ich sagen schalte ich mal um auf die pc kamera zeige euch das ganze mal erkläre euch mal wo ihr das herbekommt die installation und ja dann schauen wir mal weiter ich schalte jetzt mal um auf die pc kamera so jetzt befinden wir uns hier auf der aprs.fi informationsseite was das is signal einspeisung betrifft hier ist ein kleiner text auch eine kleine erklärung wie man die is daten zu aprs.fi hinbekommt ist aber für uns eigentlich nicht besonders relevant weil wir ja die raspberry pi benutzen wollen und hier wird einmal das ganze erklärt wie das mit dem shiplotter funktioniert das ist eine windows software und dann natürlich eine rein rassige linux software gnu is das haben wir alles nicht wie gesagt wir wollen ja mit der raspberry das einspeisen und hier dieses linux programm ist für die raspberry nicht geeignet ja hier steht halt dass das sehr willkommen ist und ja dass wir das gerne tun kann wenn man das möchte das ganz interessant könnt ihr euch trotz könnt ihr euch ruhig mal durchlesen da steht auch ein bisschen was zu diesem is signal ist denke ich mal ganz interessant so jetzt brauchen wir natürlich zugangsdaten also ihr müsst euch auf jeden fall bei aprs.fi anmelden ein account haben das ist kostenlos aber die wo aprs.fi kennen das werden ja der größte teil der funk amateure sein die wissen das ja dass man account da braucht und dann ist hier schon ein link zu der account page wo dann die zugangsdaten für dieses is für diese is einspeisung bereitgestellt werden das sieht dann so aus da steht ja dann normal jetzt steht hier jetzt nichts weil ich das gelöscht habe hier steht ja normal euer rufzeichen drin passwort und dann steht hier is passwort das braucht ihr auf jeden fall ihr braucht im grunde dann später für die software nur das is passwort und euer rufzeichen mit dem ihr euch dort angemeldet habt diese page bekommt ihr wenn ihr hier auf diesen link klickt 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 account page so also da kriegt ihr auf jeden fall schon mal eure zugangsdaten die sind ganz wichtig die könnt ihr dann einfach nur copy und passt damit könnt ihr die dann in die jeweilige software dann einfügen aber ihr könnt das fenster dann auch schon mal öffnen dann braucht ihr die software is dispatcher ich setze euch natürlich alle links wieder in die video beschreibung da müsst ihr nicht lange danach suchen es gibt auch ein fertiges image was aber auf der p4 einfach nicht mehr laufen möchte man muss halt wirklich bedenken ein is dispatcher ist eine alte software und die zweite software die wir brauchen um das ans laufen zu bringen ist die is jason software jason und auch die ist schon recht alt und sie läuft auch auf der p4 aber ihr müsst darauf achten ihr dürft kein update machen bei der p4 also wenn ihr müsst ja das ähm als grundvoraussetzung müsst ihr das raspbian installieren aber kein sudo update update oder irgend sowas machen sondern einfach so lassen wie es ist dann funktioniert das auch ja ähm das läuft eigentlich ganz gut wie gesagt hier das fertige image von is dispatcher habe ich bis jetzt noch nicht auf der p4 ans laufen gebracht warum auch immer aber hier gibt es dann hier zwei buttons das gibt ja auch als windows version da geht ihr hier auf linux und äh da wenn ihr das manuell installiert funktioniert das einwandfrei ihr müsst natürlich hier über euren äh raspberry pi imager müsst ihr ein os wählen wie gesagt und da nehmt ihr das normale raspbian aber ähm mit desktop äh ich habe das probiert ohne desktop version da fehlen einige libraries das könnt ihr auch machen könnt ihr auch nach installieren habe ich auch probiert wollte aber nicht so ans laufen ähm kommen ja der marcus krassel hat sich da auch mal mit eingeklinkt nachdem ich ihn da mal um rat gefragt hatte und äh er hat es auch nicht hinbekommen ne mit der desktop version lief es sofort ne und äh da könnt ihr das dann über das terminal fenster könnt ihr das ja dann installieren also wie gesagt erstmal hier dieses raspbian image äh auf die sd karte flashen mit desktop wenn ihr das dann gemacht habt das brauche ich euch ja jetzt nicht nochmal zeigen ich denke das hatte ich jetzt schon einige mal in vielen videos gezeigt äh da gibt es auch noch zig andere videos ich denke das dürfte kein problem sein äh dann öffnet ihr das terminal fenster und installiert hier schritt für schritt einfach diese diesen is dispatcher da braucht ihr eigentlich nichts weiter tun als diese zeilen hier kopieren und dann im terminal fenster einfügen enter und dann installiert sich das dann ne und dann hier die nächste zeile und hier auch die nächste zeile ne und das war's schon dann ist der is dispatcher schon mal auf eure pie drauf das langt aber wie gesagt noch nicht der is dispatcher hat auch ein ähm web äh also ein äh web server das heißt ihr könnt über euren normalen web browser dann drauf zugreifen wenn ihr die ip adresse wisst die erfahrt ihr ja zum beispiel wenn ihr in eure neuen router schaut und da steht irgendwo is dispatcher oder ne tut ihr vorher dann den hostnamen euch zulegen wo ihr haben wollt und dann könnt ihr das dann hier unter der ip adresse doppelpunkt 8080 als port ähm hier oben in diese browser leiste eingeben und dann kommt ihr auf das auf den web server von is dispatcher wie ihr hier seht da ist dann auch eine map dabei wo dann euer standort auftaucht nachdem ihr ja is dispatcher konfiguriert habt konfiguration können wir mal hingehen jetzt ist es so einmal den input müsst ihr konfigurieren das ist ähm jetzt bei der daisy hat platine äh serial das ist natürlich beim usb basierten is receiver genauso dann hier dev tt y a m a o äh könnt ihr genauso hier dann eingeben beziehungsweise auf few devices da taucht dann euer ies receiver schon direkt auf also ihr müsst hier nichts eintippen einfach nur few devices und dann findet ihr das schon als output nehmt ihr die 127.0.0.1 als ip und als udp port den 5000er und ein comment könnt ihr natürlich dann auch noch hinterlassen dann gebt ihr hier äh eure positionsdaten natürlich ein von eurer äh station alles andere kann so stehen bleiben und aktiviert hier alle ähm ja äh schalter ja die könnt ihr ja dann hin und her so schalten ähm das ja genau da müsst ihr alles ihr könnt rein theoretisch das dispatch non vdm message das könntet ihr noch auslassen ja das habe ich aber jetzt trotzdem mit eingeschalten wenn ihr das soweit gemacht habt dann hier auf save dann ist das gespreche gespeichert und äh hier oben seht ihr dann auch schon den status das heißt dann seht ihr ähm wie viel message schon reinkommen ja ob welche überhaupt reinkommen ob das ding überhaupt läuft das seht ihr dann hier in dem äh system service fenster und ob hier auch daten eintrudeln wichtig ist bei der daisy hut platine müsst ihr vorher noch äh eine andere ähm müsst ihr noch einen einen äh den gipo pin umstellen weil diese daisy hut platine nutzt eigentlich diesen bluetooth pin den muss man abschalten ähm da setze ich euch mal von diesem quick start guide auch ähm den link in die video beschreibung da müsst ihr einfach nur diese zeilen hier auch kopieren einfügen kopieren einfügen äh in das terminal fenster der raspbian pie damit das dann auch so dementsprechend funktioniert das ist allerdings nur wenn man diese hut platine hat diese daisy hut platine mit einem usb basierten is receiver braucht ihr diesen schritt natürlich nicht machen ja und dann habt ihr hier schon mal den is dispatcher soweit fertig auf der pie und äh ja dann seht ihr hier auch schon die schiffchen wo ihr empfangt allerdings nur für euch alleine da geht noch nichts nach aprs.fi ähm das könnt ihr auch hier nicht direkt einfach hinleiten sag ich mal das funktioniert nicht mehr das hat früher wohl mal funktioniert aber funktioniert jetzt schon eine ganze weile nicht mehr dazu braucht ihr noch diese software die is jason ähm software oder firmware diese installiert ihr eigentlich recht einfach das ist hier auch hier steht ja auch install hier gibt es ein git clone da müsst ihr natürlich vorher auch das git clone ähm auf der raspbian installieren damit es funktioniert setze ich euch auch mal einen link in die video beschreibung da braucht ihr das auch nur rauskopieren ist vielleicht einfacher für euch ihr müsst aber im grunde nur in das terminal fenster eingeben sudo apt install git mehr braucht ihr eigentlich gar nicht sudo apt update könnt ihr weglassen aber ich setze euch hiervon auch nochmal einen link in die video beschreibung dass ihr hier nur diese eine zweite zeile rauskopieren könnt den rest hier könnt ihr vergessen dann könnt ihr genauso in das terminal fenster hier diese zeile kopieren dann installiert das ganze also dann klont sich diese ganze software auf eure pi dann tut ihr die pip install äh lib is installieren da tut ihr eigentlich auch nur diese zeile hier kopieren ins terminal fenster einfügen enter genauso mit der nächsten zeile und so weiter diese zwei libraries diese pip install lips die haben auf dem ohne desktop version vom raspbian image nicht funktioniert deswegen ist das der grund aber es ist im grunde auch egal dann habt ihr halt eine desktop version könnt ihr auch über den vnc dann natürlich auch darauf zugreifen und so weiter ist vielleicht auch ganz vorteilhaft mit cd aes js könnt ihr das ganze dann starten beziehungsweise aktivieren erst einmal und starten tut ihr dann mit aes unterstrich json punkt pü also dass hier dieses dieses dieser skript gestartet wird und das und im grunde einfach nur kopieren und einfügen ins terminal fenster der pi und dann klappt das so dann ist das ganze ja installiert grundsätzlich einmal die software aber das wird dann immer noch nicht funktionieren weil ihr ja noch eure daten eingeben müsst und zwar ich gehe noch mal kurz zurück damit ihr das seht in der settings.py da steht dann hier eine url aps.fi jsonais post und dann steht hier passwort das ist das passwort wo ihr auf der page findet wo ich euch vorhin gezeigt habe euer aes passwort das müsst ihr hier anstelle des wortes passwort eintippen oder rein kopieren genauso hier name ist call sein also da müsst ihr dann euer call sein eingeben dann funktioniert das bereits wenn ihr das alles gemacht habt dann könnt ihr das hier starten mit dem letzten befehl wo hier unten steht also das ist schon echt ganz gut und läuft eigentlich auch sofort jetzt ist es so wenn ihr bereits einen account habt bei aps.fi und habt auch schon eingespeist mit irgendwelchen gateways oder sonst irgendwas wird die barke ich werde euch das jetzt mal zeigen kurz also das ist die aes barke wie gesagt die taucht nur auf wenn auch daten eintrudeln sobald kein ihr keine schiffe mehr empfangt und keine daten mehr liefert verschwindet die auch diese aes barke die wird wenn ihr schon gateways aktiv habt auf dieses letzte das auf das letzte gateway was zu aps.fi daten gesendet draufgesetzt das ist natürlich nicht schön wenn das ja mitten auf euer gateway drauf sitzt dieses grüne türmchen hier da geht ihr einfach hier auf die homepage wenn ihr dann ja eingeloggt seid rechte maustaste und dann könnt ihr hier könnt ihr hier karte hier zentrieren markierung hinzufügen steht dann hier zum beispiel da fügt man eine markierung hinzu und wenn man dann mit der linken maustaste auf diese markierung klickt steht hier aes empfänger positionieren dann könnt ihr dieses grüne türmchen dahin positionieren diese barke sozusagen dahin positionieren wo ihr sie hin haben wollt das liegt einfach daran weil diese aes einspeisung ja absolut gar nichts mit den aps.is also den internet-servern zu tun hat das ist nur geht nur über aps.fi direkt und deswegen kann man das dann hier so dementsprechend machen ja deswegen verschwindet ja auch wieder weil man ja in der eigentlichen software die 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 positionsdaten im aes dispatcher die werden nicht übertragen die werden nicht zum aps.fi übertragen deswegen müsst ihr die hier nochmal definieren zur aps.fi werden nur rein die aes daten übertragen mehr nicht und so könnt ihr dann eure kleine grüne barke dahin setzen wo ihr sie braucht weil wie gesagt wenn ihr schon einspeist dann setzt die sich über den letzten sender sozusagen ja über die letzten über die letzte barke wo was zur aps.fi gesendet hat und dann ist das schon ein bisschen ungünstig sage ich mal. Das mussten wir auch übrigens erstmal rausfinden dass das so funktioniert das war mir überhaupt nicht bewusst Markierungen hinzufügen dann Linke Maustaste und dann IS Empfänger positionieren nur so geht's. Und dann läuft die Geschichte dann müsste sich in eurer Nähe wenn ihr in der Nähe eines Flusses seid oder eine dementsprechende Antenne habt müsste das dann so in dem Sinne funktionieren dass dann Schiffe zu sehen sind. So wie ihr hier seht seht ihr auch Schiffe. Wenn ihr dann hier anklickt dann kommen da Daten einmal die MMSI die kommt eigentlich immer der Name im Regelfall auch außer die Nachricht konnte nicht komplett dekodiert werden. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Dann aber die die Nummern werden auf jeden Fall angezeigt. Ich guck mal jetzt nach am Schiffchen wo komplett dekodiert ist. Zum Beispiel hier. Klicke ich mal an. Das ist der NADUH so heißt das Schiff. Ist mit 12 kmh unterwegs in 209 Grad da wird dann die Länge 110 Meter breit 12 Meter die MMSI die IMO Nummer das ist die internationale Schiffs Nummer wird da angezeigt. Call dann Tanker dass es ein Tanker ist Kategorie C und dass der letzte angelaufene Hafen Antwerpen war hier in dem Fall. Und hier unten steht auch AES via AES M-A-L-A das bin ich. Das ist meine Einspeisung AES M-A-L-A Und da werden auch die Trackings dann angezeigt von den jeweiligen Schiffen. Jetzt hier in meinem Fall ist natürlich der Main recht nah und dadurch manchmal muss man nochmal rein und raus zoomen damit es lädt auch. Da ist zum Beispiel ein Schiff hier zu sehen in Frankfurt am Main. Dann haben wir hier den Viking Skirina das ist schon interessant. So dann gehen wir mal auf den Rhein. Auch da ist zum Beispiel hier ein Schiff der Rezat da wird auch die Länge und die Breite Tiefgang wird hier angegeben und so weiter. Und auch hier der letzte Hafen ist Mannheim gewesen und auch hier AES via AES M-A-L-A also ist das Schiff auch von mir empfangen worden. Und wie ihr hier seht jetzt gehe ich mal bis nach Bingen hier ist der Manfred Daimann 12 auch mit 15 kmh unterwegs mit einer Länge von 187 m 12 m breite Tiefgang 2 m MMSI ist ein Cargo-Chip und ja ist hier auf Höhe Bingen ja ich hatte von der Reichweite bis jetzt die Schifffahrt knapp hier an Bingen vorbei ähm äh äh ich kann mal gucken hier bis hier an der Schiffsanlegestelle da hatte ich schon AES-Signale empfangen das ist ungefähr hier ich versuche das jetzt mal hier mal zu zeigen hier ist ja noch die Markierung wo ich gesetzt habe und hier ist ein Schiff seht ihr ja jetzt hier bei Bingen und auch hier AES via AES-MALA das heißt es ist doch schon eine ganz schöne Strecke wo ich diese Schiffe ja empfangen habe ich habe auch hier den Reihen abwärts schon welche empfangen und äh ja das ist schon das ist schon was ja von der Entfernung her deswegen sage ich ja ähm in dem Fall wenn man wenigstens ein paar Daten haben möchte von der Schifffahrt ähm und man wohnt doch ein bisschen weiter weg vom Wasser da bleibt einem nichts anderes übrig wie eine Yagi-Antenne und äh sonst hätte ich auch diese Reichweite nicht wie gesagt bis ähm Drechtingshausen habe ich schon empfangen das geht hier noch um die Kurve rum dann wird es allerdings schwierig ich glaube von der Antenne her würde die Reichweite noch mehr ähm ja wäre noch größer allerdings ähm ist hier der Rhein in einem tiefen Gebirge dann unterwegs und da kriege ich halt ganz schlecht Signale raus ja da kann man natürlich dann spielen mit der Antenne ob man dann nicht hier weiter oben dann noch was empfängt aber ja aber ich bin ganz zufrieden wir können ja nochmal gucken wenn ich jetzt hier auf meine Barke gehe und gehe mal auf Info dann seht ihr auch hier die ganzen Schiffe wo ich schon empfangen habe sind hier aufgelistet und wo ich auch halt eingespeist habe bei APS.fi und äh hier ist mal eine Übersicht über meine ja Empfangsreichweite ist auch ganz interessant vor allen Dingen weil ich hier sehe dass ich bis kurz vor Mannheim empfangen habe und da seht ihr mal das ist doch schon einiges wir reden ja hier vom Binnenland äh wenn man jetzt an der Küste wohnt und hat so eine Antenne montiert natürlich da geht das dann noch wesentlich weiter aber ihr seht die Reichweite ist schon enorm von dieser großen Yagi AIS Antenne bis Mannheim das ist schon was vor allen Dingen ich habe die noch nicht mal auf Mannheim ausgerichtet hier runter ich habe die mehr hier diese Richtung ausgerichtet Richtung Rhein und da seht ihr oh sogar nicht jetzt habe ich sehe ich gerade da habe ich jetzt auch schon ein Signal empfangen das ist schon richtig richtig weit und hier ganz oben auch nochmal also Wahnsinn ja ja und so könnt ihr die Schifffahrt bei APS.fi sichtbar machen wie gesagt ist willkommen steht alles auch hier auf der Homepage drauf ihr seht natürlich dann keine Schiffe irgendwie bei APS direkt oder so weil wie gesagt das ist das hat nichts mit dem APS.IS Server zu tun das ist nur rein zwischen mir und APS.FI deswegen seht ihr das auf keiner anderen APS Seite oder sowas das ist halt der kleine Nachteil aber das finde ich schon okay gut ich hoffe das Video hat euch gefallen ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß dran hier an der Schifffahrt Empfang ist ja auch immer mal ganz nett vor allen Dingen bei Fähren oder so wenn man da mit dem Auto drauf fahren will sieht man doch schon relativ früh und rechtzeitig wo die Fähre dann ist und ja ist echt super macht auch Spaß gut ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen und über ein Abonnement natürlich auch dann macht es mal gut bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal